Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasties insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen.